Schönen guten Abend, liebe Cherie. Mein Name ist Werner Oratsch und ich stelle Ihnen heute Drop It vor. Drop It ist das innovative Add-on-Produkt für die Getränkewelt und was das bedeutet, das zeige ich Ihnen jetzt. Die Idee ist so einfach und simpel wie genial, denn ich biete dem Kunden die Möglichkeit, einen Drink mittels 21 verschiedener Geschmacks- und Farbvariationen innerhalb von Sekunden selbst zu kriegen. Und das quasi überall. Und wie das funktioniert, zeige ich Ihnen auch jetzt. Das heißt, Sie können Ihnen sozusagen in weniger Sekunden einen Drink in ein Cola verwandeln. Das schmeckt nach Cola. Das schmeckt nach Cola. Oder in einen Sekt Kirsch. Oder sein Bier zum Beispiel in ein grünes Waldmeisterbier verwandeln. Die 21 Sirup-Kredationen werden zusammen mit unserem Partner Krapus, wurden zusammen hergestellt und entwickelt und eignen sich speziell für die Mischung von und Mixung von Getränken im Nachhinein. Vorteil ist, man muss jetzt im Nachhinein nicht mehr rühren, man kann es irgendwie bestellen, braucht nicht umrühren. Somit ist Drop It 100% aus Österreich und wird ab Jänner 2016 in ausgewählten Lokalen und unserem Online-Shop erhältlich sein. Mit dem Preisgeld werden wir unseren noch fehlenden Druck finanzieren, beziehungsweise in einen Umweltziegel und in ein Recycling-Konzept investieren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und lade Sie herzlich zu einem Drink an der Bar ein. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Untertitelung des ZDF, 2020